liebe freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen video heute zeige ich euch wie man ein ganz gutes intro erstellt ja also ein intro template und wir fangen an ich denke mal an ich habe schon alles vorbereitet ihr könnt mal nach diesem video gucken top 10 blender intro template für download das ganze wird nach blender gemacht wir gucken mal direkt ja wir wollen diese nummer 10 fläche haben die ist nicht schlecht hier was wir machen nummer 10 ist gut die holen wir uns und dann gehen wir hier lang wir gehen auf mehr anzeigen und dann gehen wir wahrscheinlich nicht auf bit 2 weil da gibt es keine gute geschäfte er drücken wir einfach auf dem video hier sehen wir das ganze normale video ja und dann können wir es hier bei mediafire ganz klar runterladen so dann laden wir das hier herunter so das wird noch ganz kurze weiter und deshalb mache ich kurz den cut bis gleich also ja bis gleich fertig ja dann drücken wir auf in ordner anzeigen nun ist es ja hier oder dann drücken wir rechtsklick dann drücken wir extraktieren wer das habt jetzt erst so wenn ihr das habt dann kommt so ein ordner das ist dann dieser da habt ihr plötzlich eins und hier ist gleich die musik und hier ist das damit ihr also das video bearbeiten könnt wenn wir jetzt hier drauf drücken dann geht das auf und wie wir das hier sehen ist es das hier ja gut einfach nur nicht auf diese seite so wenn wir sehen ist es das video jetzt läuft es gerade nicht so perfekt aber egal dann drücken wir rechtsklick dann drücken wir auf tab dann machen wir das hier weg dann schreiben wir Timor nochmal und dann direkt nochmal tab Timor rechtsklick tab so und dann habt ihr das ganze video naja aber ja und dann könnt ihr euer namen wählen zum beispiel Timor intro schreibt kommt mit einer hand so und dann ich nehme am meisten das hier und dann könnt ihr hier auf animation rendern drücken aber bevor ihr das macht wenn ich noch empfehlen zum beispiel sagt wenn er hier sagte ich will das hier haben aber ich erinnere das jetzt nicht weil das muss wegen dass sie abgestürzt und deswegen sehen wir uns bei dem nächsten part und dann tschau mit v